Jo, der eine ist ins Auto gestiegen. Ja, ich seh's. Der fährt weg. Da sind zwei Autos. Lass sie abballern. Ich werd angeballert. Ja, ja, von rechts wurde ich eigentlich kassier. Dreck neben uns, direkt neben uns irgendwie. Moin Leute, herzlich willkommen zu einer Runde von PUBG Mobile zusammen mit German Let's Play. Die Jungs von Tencent Games sind auf mich zugekommen und haben gefragt, Jo, Peter, hast du Bock auf eine kleine Kooperation mit uns? Und da dachte ich mir, ja klar, danke Tencent Games. Leute, PUBG Mobile gibt es jetzt kostenlos für iOS und Android. Die Links sind ganz oben in der Videobeschreibung. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Menjel, du bist Gruppenführer Schlingjöl. Ja. Wo geht's runter? Markieren Sie. Gehen wir in die Schule? In die Schule. Ich war lange nicht mehr in der Schule. Wir haben heute Mathe. Also schon sehr, sehr lange. Nee, sorry, Alter, da bleib ich da sitzen. Da fahr ich bis nach Acapulco, ich sag's dir. Ja, lass einfach drinbleiben. Ja, ein bisschen chillen. Nein, wir müssen in die Schule. Ich hab gehört, da gibt's richtig Dickenloot. Und warum hast du da drunter? Wovor hast du denn wieder markiert? Was denn? Du bist da drunter markiert. Ja, ja, weil ich möchte nicht direkt in der Schule landen. Ja, ich schon. Weil ich hab Mathe-Hausaufgaben vergessen. Du sagst, wenn ich rausspringen muss, ne? Ja, klar. Und drei, zwei, eins, raus! Okay, raus! Einfach nach unten. Nach vorne, nach links, genau. Ja. Okay, 68 Meter bist du von mir entfernt. Seh ich dich? Ja, oh, da fliegt er! Fallschirm geöffnet? Ja. Beginne Sinkflug. Dass wir uns auf dem Dach landen. Okay. Aber da werden nur noch ein paar andere landen, ne? Deswegen Vorsicht. Ja, ja, Schule ist scheinbar beliebt. Geh nach links. Präzise. Ah, da kann man in ein Loch rein. Oh, da geh ich rein. Ja, perfekt gelandet. Okay, ich geh hier auch ins Loch. Oh, eine Shotgun, eine Shotgun. Bin ins Loch gesprungen, hab keine Shotgun. Du musst mir auch, du musst mir dann Tipps geben, was ich am besten für Waffen nehme. Ja, ein bisschen, ich hab eine Polizei-Weste. Nein, du bist bei der anderen Seite. Oh Gott. Ist das schlecht? Ja, wir müssen uns treffen. Eine Brechstange. Ey, wenn nicht da jemand bekommt, ne? Das hört ich mir niemals ein. Nein, das wird nicht passieren. Ich bin nur gefallen. Motorrad-Tag... Super. Das ist, das ist der Team-Captain. Oh, nice. M16. Was sind meine Ziele am heutigen Tag, Schlingil? Ein Kill? Einen Kill und ne Sonnenbrille finden. Und ne Sonnenbrille finden. Oder n Hut. Hut oder... Ja, aber ich hab doch schon einen Motorradhelm. Kevin? Äh, bist du das? Hallo! Hallo! War ich. Du mieses Schwein, das bekommst du wieder. Hey! Aber ist hier kein anderer mit runter? Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch super. Können wir erstmal den kluten. Hier sind welche. Okay, okay, wo? Komm hier raus, links direkt. Oh Gott! Haben ihn! Du hast ihn. Er ist da und Gabriel Gauner. Das ist einfach... Das ist wirklich ein Gauner gewesen. Nee. Ich seh... Hast du alles rausgeludelt? Ja, ja. Ich hab ihn. Hier ist er. Wo, wo, wo? Keine Ahnung, wo ich... Hier direkt um die Ecke! Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich mach ihn. Bats! Der hat noch einen Teammate. Ja, hat der. Okay, du hast ihn getötet. Ich guck mal bei ihm rein. Mach das. Okay. Dann sind das zwei verschiedene Teams. Alles Astrei. Nur kurz zur Info, meine Damen und Herren. Ähm, es gibt... Einerseits gibt es Bots und es gibt auch richtige Spieler. Ja, ich hab wieder... Oh, okay. Ich hab nicht mehr so viel Schuss. Ja, und es ist halt sehr schwer auch herauszufinden, wer jetzt was war. Also, keine Ahnung. Gegen Ende trifft aber eigentlich immer richtige Spieler. Okay. Ey, ich hab... Warte mal. Ich hab mein... Eines Ziel habe. Ich hab zwei Kills. Ach so. Und es leben noch 83 Leute. Das bedeutet, ich kann potenziell... Oh, jetzt kann ich noch 80 Kills machen. Ich würd gern ein Auto fahren. Okay. Machen wir. So, jetzt bin ich gespannt. Hier müssen die Leute nachsitzen. Die besten Items aller Zeiten. Ja. Achtfach Visier. What? Willst du auch eins? Warte, ich geb dir vierfach. Okay. Da ist wer! Wo, 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 wo! Draußen bei N. Bei N. Okay. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Oh ja, ich hör Steps. Okay, ich geh raus. Oh ja, ja, sauber, sauber, sauber. Nice. Nice, Manuel. Du bist ne Maschine. Und er hatte keinen Freund. Er ist ganz allein in der Welt. Wollen wir Auto fahren? Okay. Da ist doch wer! Wo, wo? Hinter mir. Oh Gott, jo, jo, jo. Wurde gut gehittet. Hab ihn. Hab ihn. Alter, der Mattbogger. Du bist ne absolute Maschine. Wer mag Butter? Mattbogger. Der hat... Der hat kassiert. Ja, 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 ja. Wird doch keine Chance. Wo ist ein Auto? Ich weiß es nicht. Bis das dann... Da ist ein Auto. Eieieie. Knappst dir. Oh nein, rote Zone. Wir müssen da ganz schön rausfahren. Oh ja, ja, wir gehen ins Auto. Und dann sagst du mir, wo ich denke... Ja, steig rein und warte erstmal, bevor du was machst. Nicht, dass du mich überfährst. Fahren. Okay, fahr, fahr, fahr. Okay, wo muss ich hin? Genau, hinter uns. Hinter uns. Genau. In den Border rein. Einfach rafraus? Einfach den Berg hoch. Den Berg hoch. Okay, okay, Berg hoch. Manu, falls ich das verbaule, es tut mir leid. Oh nein, die Border ist... Oh nein, wir müssen hier hin. Ich markier's dir mal. Ja, lass da lang, lass da lang. Oh oh. Aufpassen, aufpassen. Oh Gott. Kein Problem. Wurden wir gerade beschossen? Nein, nein, das ist die Explosion. Das ist die rote Zone. Deswegen, fahr schnell. Ja, ja, ich weile mich. Aber nie, wogegen fahren, bitte. Oh. Da vorne ist einer. Fahr ihn um. Geradeaus. Bist du bei der Rechts? Siehst du den? Nee. Da läuft der, der läuft der, der läuft der. Ja. BAMS. Ja. Ja. Du hast ihn umgebracht. Ich habe ihn fällig gemacht. Aber sein Mate war noch irgendwo. Egal, den Kill bekommst du bestimmt. Ja, ja, das ist kein Problem. War ein bisschen langsamer, sonst sterben wir nachher. Achso, okay. Autofahren hast du gelernt. Ja, ja. Da bin ich Profi. Da kann ich dir Notfalls auch ein paar Tipps geben. Ja? Ich hatte bereits viele Berufe. Die Busfahrer... Links, 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 du fährst gerade falsch. Rechts ist doch, fährst du mir über den Fahrer. Rechts, rechts, rechts. Links, genau. Bist du weiter links? Ich sehe nicht. Da geradeaus. Rechts, oh Gott, da den Busch. Lass aussteigen, lass aussteigen. Okay, okay, okay. Hab ihn, hab ihn. Ach. Gut gemacht. Gut gemacht, Joe. Ich scanne die Umgebung. Da hinten ist doch wer? Wo, 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 wo? Äh, bei NW. Oh Gott, ein Auto. Ich sehe den einen. Jo, der eine ist ins Auto gestiegen. Ja, ich sehe es. Ja, ich sehe es. Der fährt weg. Wir sollen auch ins Auto, oder? Ich weiß es nicht. Ach du Scheiße, da sind zwei Autos. Lass dich abballern. Okay, ja, warte. Ja, ich sehe den einen. Hab ihn, hab ihn. Okay, nice. Ich hab den im Auto gerade gut getroffen. Ich werde angeballert. Ja, ja, von rechts wurde ich. Ja, ja, ich kassier. Dreck neben uns, dreck neben uns irgendwie. Ich lade nach. Oh Gott. Oh Gott, nein. Oh Gott. Wollen wir ins Auto und weg? Nein, 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 nein. Lass den töten. Ah, da, ja, ich sehe ihn. Hab ihn. Jawohl, sauber, Menjel. Von hinten. Oh Gott. Dreck neben uns ist einer. Ja, jo, jo, wen? Hab ihn. Ja, sauber. Ich glaube, hier ist noch wer. Okay, ich hab keine Munition mehr für meine M16. Ich muss mich heilen. Ja, ich heil mich auch einmal. Verband anlegen. Och Gott. Da juckt mir direkt die Nase. Ja, ja, ich kenn's. Oh, oh, das Auto kommt. Ja, dann lass uns rein ins Auto. Ja, fahr, 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 fahr. Ich bin drin. Ich bin drin. Alles gut. Rein und dann fahr wieder dahin, wo ich gerade markiert habe. Okay. Wollen wir keinen Google? Nein, nein, wir müssen, wir müssen da jetzt hin. Wir haben keine Zeit mehr. Okay. Oh, rechts in zwei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich fahr einfach weiter. Ja, gut, gut, gut. Nur nie vorgegen, da bin ich tot. Hallo, Leute. Hallo. Ach, wir werden einfach locker easy gewinnen. Es sind noch 30 Leute am Leben. Das ist echt viel. Aber ich hab vier Kills. Ich hab fünf. Ich hab noch gut aufgeholt. Okay, halt an, halt an. Da links an der Hütte. Direkt hier links. Ich geh rein. Oh, es ist jemand bei uns. Wo, 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 wo? Ich hab ihn fast. Ah, ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Oh nein, 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 nein. Hab ihn. Da ist aber noch einer am Stein. Oder nee, ist ein Motorrad. Das ist schon gut. Ja, perfekt. Wo ist denn der? Ja, hier vorne. Ein SKS. Oh, das bin ich. Wer schießt da? Achso, Junge. Oh Gott. Oh nein, wir müssen ins Haus. Guck mal, ist hier Aladin auf dem Bild? Aladin? Ja. Stimmt, ich sag, hallo. So, ich würd sagen, wir sollten eigentlich schon fast in den kleinen Raum gehen, solange die explosive Zone da ist. Die ist direkt über uns. Kann die uns wegballern, wenn wir hier drin sind? Ja, ich glaub, nee, ich glaub, hier drin nicht. Außer du bist an der Wand, an der du gerade stehst. Dann vielleicht. Okay. Oh, ich hab gar nicht mehr viel Schuss. Ich hab Angst. Ich geh ein bisschen weg von dir, nicht, dass wir beide weggespringt werden. Achso, okay. Zoom mal raus. Yo, Alter, die Zone kommt auch, ne? Stimmt. Also die Border. Oh ja. Ja, dann sollten wir jetzt gehen. Ja, lass raus. Okay. Go, go, go. Ins Auto? Nee, 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 nee. Was? Hey, ach, das brauchen wir nicht. Wo wohnst du Flugzeug? Ja, ja, hatte der noch eine andere Woche für mich? Wollen wir ein Motorrad fahren? Ja, wenn du sterben willst, dann schon, ja. Okay. Komm mit rein. Nee, nee, fahr allein, ist okay. Okay. Ast rein. Junge, einfach übers Feld. Oh Gott. Alter, kann das umkippen? Du bist so laut. Ja, total. Das ist ja gerade das Problem an dem Ding. Was? Das kann sich komplett überschlagen und du bist tot. Boah, wir müssen rein. In 10 Sekunden geht die Border los. Ja, okay, ja, ich bin ja hier. Oh, die Border kommt. Ja, wir sollten fahren. Komm, fahr, fahr, fahr. Ja, ja, mach ich, mach ich, mach ich. Oh, oh. Irgendwo hier muss das der Drop sein. Wo ist das? Alter, wie lang ist denn dieser Zaun? Da ist jemand, da ist jemand! Ich steig aus, ich steig aus. Wo denn? Ja, bei 60, bei 60. Warte. Ja, hab ihn. Hab ihn. Du hast ihn, nice. Alex ist krabbelt. Ja, ja, zu ihr mate. Hallo. Und ich höre Schüsse. Hab ihn fertig gemacht. Oh nein, die Border ist wieder ganz woanders. Wir sollten weiter die Border. Ja, ja, komm her. Okay, okay, okay. Lauf, lauf, lauf. Ja, ich schnapp mir mein Dingens. Ja, okay, dann kannst du ja zu mir fahren und dann ausstellen, weil das ist langsam echt zu laut. Oh, es leben auch nur noch 13 Leute. Ja, das hört man. Das Gefühl, alle 13 Leute sind da. Steig aus, steig aus. Okay, lade nach. Da oben ist Party. Okay, dann lass uns rein in die Party. Nein. Was? Das ist so doof, dass da jetzt so ein Berg ist. Man sieht halt gar nichts. Nur noch acht andere Spieler. Oh, wir müssen langsam rein. Die Border kommt. Ja, okay, dann lass uns. Hier oben haben wir einen guten Überblick. Oh, oh, hier Schüsse. Oh, das ist Sauna. Wir müssen weiter rein, leider. Nur noch vier. Es sehen nur noch zwei. Das sind die Scheißhütte. Guck mal hier rein. Oh, der hat so einen Energy Drink. Danke. Oh, da sind sie mit dem Auto. Wo? Oh, shit. Direkt am Block. Ah, ja, 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 ich sehe sie. Ja, ich denke, ich gehe auch raus. Oh nein. Ja, die haben beide ein Auto. Das sind definitiv richtige Spieler. Oh Gott. Oh Gott. Ja? Warte, abballer. Komm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, der Pferd. Ich kann halt nicht raus. Nee, wir können da echt nicht raus. Das ist zu gefährlich. Wir müssen beide im Blick behalten. Sein Warnquall aber. Er kann uns nicht beide. Wir müssen uns aufteilen. Ich habe ihn gleich. Wo ist er denn? Da hinten. Bei 60. Ach da. Ja, ja, ich sehe ihn. Hab ihn. Ja! Oder hast du ihn? Ich weiß nicht. Sechs Kills. Ich glaube, du hast ihn bekommen. Oh, eine Maschine. Das ist der absolut. Aber lustig, dass die einfach mit zwei Autos unterwegs sind. Oh Gott, du hast über 1000 Schaden. So Leute, das war's mit dem heutigen Video. Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da. Schaut bei German Let's Play vorbei. Der hat nämlich auch noch ein kleines PUBG Mobile Video für euch bereit. Wenn ihr jetzt selber Bock habt, euch das zu holen. Es ist kostenlos. Kann man ja mal machen. Leute, beide Links sind ganz oben in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch allen jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.